hallo herzlich willkommen hier zu einem neuen let's play vom landwirtschaft simulator 19 von der grangusthof haben ja leute heute soll es endlich soweit sein ich möchte mir heute hier die ersten schweine holen da habe ich auch schon dicken fetten tiertransporter besorgt steigen wir mal hier ein werfen mal das gute teil an und holen mal die schweine hier auf unsere farm mal gucken wir hier ohne kratzer rumkommen düst mal hier zum schweinehändler ist ja gleich hier um die ecke mal hier einmal kurz rum fahren mal schauen ob ich hier auch rumkomme das sind mal solche solche sache mit dem engen gelände hier mal der schweinehändler ist sogar da zu machen wir mal auf 36 stück kriegen war rein nehmen wir mal ein paar so paar weiße rosa ne paar schwarz weiße ein paar schwarze so 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 hänger ist voll bestätigen und da sind sie dann werden wir mal ganz vorsichtig zurück zum hof so 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 hier rein die amerikanischen trucks muss man aufpassen dass man hier nirgendwo aneckt weil die ja so einen riesigen wendekreis haben mal gucken ob der trigger hier auch hier funktioniert mal schauen ob hier überhaupt die tür aufgeht so 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 Wir müssen hier so gerade rüber und rückwärts da ranfahren. Ah! Alle Schweine runter! Hänger ist voll? Wie, Hänger ist voll? Bestätigen? Hänger ist leer! So, dann schauen wir mal, wie es den Süßen hier geht. So, wir brauchen aber Stroh. Stroh, Stroh, Stroh. Hier kommt Wasser rein. Da kommt Gülle raus. Lass ich kurz mal gucken, wo hier Stroh reinkommt. So, aber... das wird schon mal schnell mal durch und da haben wir immer schon wer mal stroh holen aus unserem strohlager und dann holen wir mal ein bisschen stroh 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 da haben wir muss kurz mal gucken was wir überhaupt hier drin haben nur stroh ok denke man das dürfte vorerst reichen oh lolo überall fahre ich immer gegen so düse mal zum schweinestollen und guck mal wo ich die stroh rein kippen kann Gülle Wasser ich versuche mal hier mein Glück da war z hat die möglichkeit ok wie war es schon alles warte mal da kriegen wir hin ähm fahren wir mal mit dem hier beiseite kaufen wir mal die anderen hier fix nach Oh, oh, oh. Musik So Schauen wir mal Wie viel wir überhaupt schon haben Tiere, Schweine Musik 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 So, springen wir nochmal hier unseren Trailer Musik Da haben wir noch einen Schweinestall Der muss ja auch nicht leer stehen Wenn wir schon die Möglichkeit haben Dann nutzen wir das auch Musik So, holen wir jetzt hier für den Modernen noch die Schweine Für den Modernen Schweine Stall Und da holen wir mal Nur Schwarze Weil das soll eine bestimmte Rasse sein Die halt schön viel Fleisch und so gibt Musik Sind die auch bei der Sinne? Musik Oh Oh Huh Das wär's ja Transport Transport ist nicht mehr verfügbar Okay Sind die da drinne? Ah Das sieht man gar nicht So, ein windes Eilen wir zurück da Bis zum nächsten Mal Ich durfte kein Viehtransportfahrer sein, da würde alles hier oben liegen und überall entgegen fahren. Leute, ruhig. So, dann holen wir hier noch für den schicken Schwindstall. Muss ich hier so seitlich ran fahren. So, dann machen wir hier mal auf. Fahr mal den Truck hier zur Seite. So. Tor zu. Tor auf. Da können wir ja reinfahren. Mal gucken, ob wir da reinpassen. Von der Höhe her. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, gerade so. So. Da haben die Jütenschwäne Stroh. Ach. Weißt du was? Ich holen noch ein paar. Nehmen wir mal ein paar schwarz-weiß-schwarz-schwarz-schwarz-schwarz-schwarz-weiße. Damit der nicht so auffällt, damit die sich ein bisschen kreuzen, die Jungs und Mädels. so. Tor zu. Ist das nicht so... Vielleicht kommt er denn weiß wieder raus. Ey. Das war ihm komisch. So, aber... Fahren wir mal wieder raus. Bring mal... mit Stroh weg. Holen wir mal für die Schweinerei Kartoffels. Was? Das mögen sie am liebsten. Was? Mehr nicht. Ach so. Äh. Wollte ich ihm grad sagen, die waren ja Rümen. Das waren ja Zuckerrümen, die ich da... und mach's hatte. Und mach's satte. So. So. Machen wir mal voll. Damit sie hier auch wenigstens was zu futtern haben. Fahren wir mal rückwärts wieder rein. Theoretisch müsste das ja hier gehen. Ja. Jawohl. Jawohl. WTF? WTF? Den ganzen Anhänger? Alter Schwede. Sind die hungrig? Sind die hungrig? 50.000 Liter waren das eben. WTF? 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 Ähm. O.k. So, fahren wir mal in den anderen Stall noch rein. Ähm. Okay. Mann, du wirst dich verfrissen. Okay. 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 Perfect. Okay. 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 Könnt ihr noch die anderen Sachen auch noch holen wie Mais Und sowas Die Erdfrüchte haben wir jetzt drin Wollen wir dann nicht übertreiben Mal gucken was wir hier alles drin haben So 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 Alter, wie viel passt denn da rein? Mein lieber Scholli-Schwan Den können wir erstmal beiseite fahren Dann fiept er nicht mehr in der Seite Ah, Moment Den Trailer stelle ich mal hier hin Den Trailer stelle ich mal hier hin Wir müssen ja ganz fix für Händler düsen Wir brauchen ja noch Wasser So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ist der wieder leer? Den gebe ich mal hier, die Schweine, die brauchen ja auch sowas. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nice. Das ist ja quasi die Leibspeise und das Hauptfutter oder Proteinfutter. Oh. So muss ich hier wieder die Laderampen zu machen oder? Nee. Ach doch. Okay. Ah mit Trockensanlage sehe ich gerade. Falls mal feuchtes Getreide reinkommt. Schauen wir mal. Ah 50.000. Was? Alter. Da werden wir auch bei dem modernen Stall reinschmeißen. Damit die quasi dasselbe Futter haben. Hupsala. Jetzt fehlt noch die. Futter. 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 So, dann kriegen die anderen auch noch Wasser. Sojabohnen habe ich ja noch zu liegen. Okay. Sojabohnen habe ich ja noch zu liegen. Hier kann ich die noch schnell verfüttern. Damit wenigstens das Proteinfutter drin ist. Sojabohnen. 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 So mal kurz schaut. Ja. Protuine. Dann werden sie gleich schmatzen wie die Schmatzis. Ich wollte schon sagen. Den Rest kippen wir hier nebenan rein. Beide schwarz und beide schwarz. Weißen. B. Schon voll? Okay. WTF? In 50 Stunden kommt das nächste Tier. Ja. Schaltung. Oh. Hier brauchen wir Proteine. So. Geht das nicht. Mal gucken wir mal nach Weizen daheim. Oh. Oh. Langsam Bruder. Sojabohnen. 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 Ich glaub Weizen. Weizen war alle. Jo. Hm. So. Dann fahren wir mal schnell gucken. Hier schmatzen sie. Schmatz schmatz. Werd schon dick und fett. Werd schon dick und fett damit wir euch. Ja. Sehr gut. Lecker schmecker. So. Schauen wir mal in den anderen mal schnell rein. Achso. Machen wir mal mit Thor hier mal zu. Und die Lüftung an. Und die Lüftung an. Ah. Da ist schon die erste Mist. So. Dann. Laufen wir mal zu die. Ich schwindis hier. Die haben wir ja schon zugemacht. Hm. Hm. Die fühlen sie auch wohl. So Leute. Dann machen wir hier mal auch mal zu. Haben wir hier eine normale B-Lüftung? Ah. Alles elektronisch gesteuert hier. So. Dann fahren wir mal den nochmal beiseite. Stellen wir mal. nochmal kurz ans. An's. Am Wasserturm. Damit der. Hänger hier. Gefüllt ist. So. Dann sollte es erstmal hier. Für heute hier. Mit unsere Schweinerei gewesen sein. gehen. Ja. Funktioniert. Machen wir mal. Look. Luki. Ne. Ihr Lieben. Ja. Schön. Fressi. Fressi. Schön. Fressi. Fressi machen. Schön. Fressi. Fressi machen. Fressi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.